Das Timing, danke Martin. Hier geht's weiter mit Taku Takeuchi. Weltcup-Debüt in dieser Saison. Oh nein, 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 stehen bleiben. Nein, 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 nein. Der fliegt in die Zuschauerränge. Ist schon wieder raus aus den Zuschauern. Wir hoffen, dass da nichts passiert ist. Er guckt sich auch direkt um. Applaus brandet auf da. Ja, das Schwierige ist auch, dass genau auf der Seite, wo der Ski jetzt raus ist, alle Springer dann auch zurücklaufen zum Lift. Siehst du, dass du neue Wege planst und dann zack, auf einmal kann was passieren. Eigentlich ein super Sprung bisher und dann fährt der linke Ski weg. Da ist auch ein kleines Loch bei circa 140 oder kurz danach. Und da ist sowieso eher weicher und wenn da natürlich dann irgendwo alles ein bisschen nicht ganz ohne ist. Schauen wir nochmal her. Da zack, das ist ein ganz, also man sieht es im Trainingsspringen, hat man es gesehen im Hang dann. Und genau das durch das Loch, wenn du nicht ganz gerade durchfährst, ist es schwierig. Wichtig ist, dass er rauskommt.